Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Endlich sind sie eingetroffen, die ersten, also richtig aromatischen Aprikosen des Jahres. Es sind die spanischen Ganinos, die jetzt südlich von Valencia geerntet werden. Bei GOP gibt es übrigens von morgen eine Aktion mit diesen Aprikosen. Profitieren Sie also von dem günstigen Angebot und überraschen Sie doch Ihre Familie mit so einer feinen, selber gemachten Wehe. Das kommt immer gut an und ist überhaupt keine Hexerei. Mit diesen fertig abhackten Blättern oder Kuchenteig von GOP braucht es auch gar nicht so viel Zeit. Und noch ein Tipp eines GOP Bäckermeisters. Lassen Sie den Teig nicht zu lange in der warmen Küche liegen, sondern immer direkt aus dem Kühlschrank verarbeiten. So bleibt er dann auch nicht kleben beim Auswallen. Die Aprikosen, die lassen sich auch sehr gut tief kühlen. So können Sie sie dann bis in den Winter hinein im frischen Zustand aufbewahren. Das setzt allerdings voraus, dass sie entsprechend ausgerüstet sind. GOP bietet Ihnen zurzeit verschiedene Satrap Gefrierschränke und Gefriertruhe zu einmaligen Sonderpreisen an. Unter anderem die Satrap Energiespartruhe Ecomax 30. Sie ist besonders wirtschaftlich im Betrieb, weil sie dank der extremen Isolation bis zu 35% Energie sparen. Wenn Sie also in nächster Zeit einmal zu GOP kommen und Aprikosen kaufen, dann schauen Sie doch einmal die verschiedensten Satrap Geräte an. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema, zu der Hautpflege und zu den schonenden Produkten von höchster Qualität, die Sie im GOP-Center kaufen können. Nivea Visage als Reinigungsmilch für die gründliche Pflege und als erfrischende Gesichtstonik. Oboa, die sanfte Körpermilch für zarte, weiche Haut. Bac, der Deorolon für sympathische, frische, einen ganz langen Tag. Fenyal Après Dusche Lotion, die milde, feuchtigkeitsspendende Emulsion. Und die unvergleichlich weichen und vielseitigen Kleenextücher. Jetzt noch eine Neuheit, die es zum Morgenessen noch abwechslungsreicher macht. Die beliebte Midi-Gonfi gibt es jetzt nämlich auch in praktischen Portionenbechern. Und man kann wählen zwischen sechs verschiedenen fruchtigen Sorten. Nicht ums zum Morgen, aber auch ums Essen geht sie uns im nächsten Beitrag. Bitte, Studioküche. In der Gemüseabteilung bei GOP finden Sie jetzt wieder junge, zarte Käfe. Ich mache sie mit Champignons nach Pariser Art. Die Käfe waschen und fädeln. Die Champignons putzen und schieben und eine Zeebele hacken. Dann die Zeebele, Champignons und die Käfe im heissen Öl adämpfen, mit ein bisschen Bouillon ablöschen, mit Salz, Pfeffer und Basilikum würzen und zudeckt auf kleinem Feuer weichdämpfen. Zu diesen Käfen nach Pariser Art passen sehr gut saftige Schweinsplätzchen. Wir bestreuen sie mit Pfeffer, geben ein paar Tröpfle Zitronen drauf, legen ein Salbe in Blatt drauf und dann werden sie von beiden Seiten kurz gebraten. Gefällt Ihnen das Rezept? Sie finden es in der Coop-Zeitung dieser Woche und morgen der ganze Tag auf Seite 270 vom Teletext. Einen guten! So, das wäre es gewesen. Wir danken, dass Sie für uns Zika haben und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bei GOP gibt es von morgen an wieder neue Aktionsangebote. Um was für Produkt sich das mal handelt, sehen Sie jetzt gleich anschliessend. Zum Anfangen die aktuelle Preisschlager. In den Coop-Warenhäusern findet jetzt ein grosser Glaswaremarkt statt. Sie finden dort die verschiedensten Glasartikel zu besonders günstigen Preisen. In allen Coop-Tuit-Yourself-Läden gibt es die Black- und Deckerhandkreissäge für nur 70 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Midi-Confituren-Aprikosen statt 2 Franken nur 1,60 Franken. Himbeere statt 2,10 Franken nur 1,70 Franken und schwarze Kriese statt 2,50 Franken nur 2,10 Franken. 2 mal 80 Gramm Gerber-Gala statt 3,20 Franken nur 2,40 Franken. Wattländer-Saucisson, das Kilo nur 1,50 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag drei Pakete Napoli-Spaghetti statt 3,60 Franken nur 2,40 Franken. Ausländische Aprikosen 5 Kilo nur 10,50 Franken. Auf Wiedersehen!